Guten Abend, meine Damen und Herren. Danke, dass Sie sich kommen. Seit etwas mehr als einem Jahrzehnt schreibe ich die Musik ausschließlich unter Verwendung der Fibonatischen Zahlen und des Kornenschnitts. Über die letzten sieben Jahre habe ich einen Ziel entwickelt, den ich als von den Fibonatischen Zahlen und den Kornenschnitt beträgten Ziel bezeichne. Heute Abend will ich Ihnen dieses Ziel vorstellen. Dieser Vortrag ist in drei Teilen gebildet. Zunächst möchte ich auch die argemeine mathematische Eigenschaften der Fibonatik-Volk und des Kornenschnitts eingehen. Im zweiten Teil werde ich kurz die Geschichte der Fibonatischen Zahlen und der Musik im Bild des Kornenschnitts diskutieren. Im letzten Hauptteil des Vortrages möchte ich Ihnen meinen methodischen Umgang mit den Fibonatischen Zahlen erklären und ein paar kurzen Beispiele zeigen. Was sind die Fibonatischen Zahlen? Die Fibonatischen Zahlen sind die Glieder einer Zahlenfolge, die mit 0 und 1 gegeben. Jede Zahl und diese Zahlenfolge ist gleich ein Summe der zwei vorangegangenen Zahlen. So sieht die Fibonatische Folie aus. Also 0, 1, 1, weil Gründnis 1 ist 1, 1, 1, 2, weil 1 ist 1, 2 und so weiter. Der goldene Stift ist ein Verhältnis, das eine interessante Beziehung zu den Fibonatischen Zahlen hat. Nämlich, dass sich das Verhältnis zwischen aufeinanderfolgenden Fibonatischen Zahlen mit Fortschreitung der Folge und den Grundschnitt annähert. Also 5 durch 8, 8 durch 13 und so weiter. Das letzte Beispiel hier, 24 durch 25 bis gleich 0, 6, 1, 8, 1, 8 und so weiter. Der Grundschnitt hat eigentlich zwei Wörter. 0, 6, 1, 8, 0, 3. Also die Dezimalstellen sind unendlich, das ist eine irrationale Zahl. Oder die Umkehrung 1, 6, 1, 8, 0, 3, 0, 5, 4. Die quadratische Gleichung für den Gründnis 2-Kvalisten-Werden sieht so aus. 1, 6 Quadrat wird so aus 5, 5, 2. Viele Architekten und Künstler haben den goldenen Schnellpferde, darunter Lecomissier, Tadolo Dali und Leonardo Di Vinci. Wir wissen, dass Leonardo in Zeitungen kein Buch geschaffen hat, das den goldenen Schnellpferde hat. Das Buch von Luca Caccioli stammt aus dem Jahr 1509 und heißt der Diviner Proportionen, oder auf Deutsch das göttliche Verhältnis. Der goldenen Schnellpferde hat unzählig viele interessante geometrische Eigenschaften. Eine der interessantesten Eigenschaften hat mit der Teilung eines Liniensegmentes getrunken. Wenn wir so ein Liniensegment wie C und dieses nach dem goldenen Schnellpferde teilen, bekommen wir zwei weitere Liniensegmente. Die Strecke A verhält sich zu B wie B zu 10. Oder in anderen Worten, der kürzende Teil verhält sich zum Größeren wie der Größere zum Ganzen. Nun kommen wir zum zweiten Teil des Wortfrages. Föberatische Musik. Viele Komponisten haben die Föberatische Zahlung in den goldenen Schnellpferde benutzt, um Kohäsionen der Strukturen zu erreichen. Diese vier Komponisten benutzen die Föberatische Zahlung auf der Oberfläche der Musik. Was ich damit meine, ist, dass diese vier Komponisten hatten schon einen hochentwickelten Stil, in die sie die Föberatische Zahlung eingeführt haben. Meistens findet man keine Spur von den Föberatischen Zahlen in den Werken, die sie kommen müssen. Bevor ich mein Stimmungssystem diskutiere, möchte ich Ihnen eine kurze Zusammenfassung der traditionellen Stimmung geben. Unsere traditionelle Stimmung basiert auf zwei Unterlagen der Oktave, welche eine 2 zu 1 begrenzt verwendet haben. So bringt sie. Und im Halbton, zwölfte Brutze aus zwei. Wie wir alle wissen, haben wir zwölf Töne in der Oktave. Tonhöhe wird noch rhythmisch wahrgenommen. Das heißt, wenn man die Frequenzverhältnisse von 1 zu 2 zu 4 zu 8 hat, wird die Entfernung zwischen den Frequenzen als gleich wahrgenommen. Wir benutzen die logolhythmische Eingrechtszent als Redmets. Und so klingt ein Cent. Klang. Das ist grunde Intervall. Eine Oktave ist gleich 1200 Cent. Und der grunde Schnitt hat ungefähr 833 Cent. Und so klingt dieses Interval. Das irrationalste aller Intervalen. Unser Höhebereich und fast begrenzend von 16 bis 20 Kilohertz. Oder 16 Hertz bis 20 Kilohertz. Das grunde Interval ist ein ziemlich großes Interval. Und liegt ungefähr eine sechste Ton höher als die kleine sechste. Also das ist eine Skala, die auf dem grunden Schnitt beruht. Also da hat man nur 15 Töne bevor. Wir brauchen kleinere Intervalen, um mehr Stimmung und die Grundlage eines musikalischen Stils zu schaffen. Also wir können kleinere Intervalen mit Potenzien des kleineren grunden Schnittwertes schaffen. Wie zum Beispiel 4 hoch 2 hoch 1. Da haben wir 565 Cent. Das ist meine zweite Stimmung. Man kann ein Stimmungssystem mit den Zahlen viel zur x-ten Potenz schaffen. Wobei diese Beziehung zu den kybernatischen Zahlen gibt. Diese Tabelle zeigt die ersten 14 Stimmungen. Hier sieht man, wie groß das kleinste Interval ist. Das kleinste Interval, die Anzahl der Töne im Hörbereich und die Anzahl der Töne in der Hand. Das genannte Interval der Töne mit den anderen Architektoren. Die Dritte. Die Höhe. Die Vögelinung. Die Vögelinung. Die 6. Liedertifelung, die ähnlich wie unsere Zürgen der Töne im Grunde. Die Juhe. Und die siebte, meine Lieblingsstimmung, und die Atme. Nun fragt man sich als Komponist, was mache ich mit diesen Stimmungen? Für mich ist es wichtig, dass die Beziehung zwischen den dargestellten mathematischen Objekten und der Musik so klar wie möglich ist. Meistens benutze ich nur eine Zahlenfolge auf einmal. Heute Abend gibt es ein paar Aussagen. Ebenfalls nutze ich eigentlich immer nur eine Temperatur. In diesem Stil werden mathematische Eigenschaften von Zahlenfolgen und anderen mathematischen Objekten und musikalische Parameter umgefordert. Z.B. Tonhöhe, Dynamik, Rauch, Anforderung und Attack- und Release-Länge. Jetzt möchte ich eine kurze, einfache Konzentration in diesem Stil zeigen. Hier sehen Sie ein Punktetiker der gewendeten Zahlenfolgen. Am linken Rand sehen Sie die im Stück verordnenden Zahlen und die zugewiesenen musikalischen Parameter. Dieses Stück ist in meiner Wirklichkeit. Ein Zahlenfolgen kann auch absteigend dargestellt werden. So dass die höheren Zahlen durch tiefere Töne dargestellt werden. Dieses Stück ist in der fünften Temperatur. in dieser Sache, godswik zwischen Territoris des zoeksаниеvors, in dieser hingekst ejemploiye Niveau, Indipendium und簿one inودieren. Nebesitspannungen muss zu tiefere Töne darstellen. Jetzt möchte ich eine Kurze designально. zu den Stückensachen, die Sie heute abgeschütteln werden. In den 13 Stücken der Kollektion 8 benutze ich 13 verschiedene Zahlenfolge und ebenfalls 13 verschiedene Temperaturen. Die Grafik zu diesem Werk und Kartenangeln habe ich in der Programmiersparte Corsesing verarbeitet. Der Ton wurde in C-South programmiert. Das nächste Werk für Wallachian White ist eine noise-basierte Komposition. Es basiert auf gefilterten weißen Rauschen. Dieses Werk und das nächste, welches auch auf dem gleichen Prinzip beruht, habe ich für das Franzisstenmuseum konzeptiert. In QN und RN Websegences Nacoguara führen Sie zwei englischwarte Zahlenfolge gleichzeitig. Das Stück ist eigentlich ein Kanon. The Rabbit sequence, euer Deutsch um die goldene Kette genannt, ist eine binäre Zahlenfolge, die eng mit den fügelartischen Zahlen dem goldenen Städte erwartet. Was Sie heute Abend hören, ist eigentlich eine elektroakustische Realisation eines Instrumentarwerks von mir, das sich vor fünf Jahren in München korrigiert hat. Maximilian Strobel hat die Hölzblöcke gespielt. Das letzte Stück ist für acht Kanäle. Sie erleben die Zahlen 1 bis 377 als Zeckenlob-Darstellung. Genau zu diesem Stück, sowie zu den anderen Stücken, können Sie in den Programmen diesen nachlesen. Nun möchte ich mich bedanken für Ihre Aufmerksamkeit und mit Ihnen zu setzen. Vielen Dank. Applaus Vielen Dank. Applaus Vielen Dank.